Moin, sehr und herzlich willkommen zurück zu dem Re-Geek in Clemens 100 und Swally zusammen mit dem Unholy Rush zusammen auf der Map Dusty. Und wir können starten, ich hab nur noch kurz meine Tür geclosed. Boah, ist grad bei mir ein bisschen laut, aber ich zocke jetzt mal wieder mit Ingame-Sound, ich möchte mal probieren. Ansonsten ist ja langweilig, ich hoffe, mein Gelaber wird nicht von den Schüssen hier jetzt übertönt. Ihr kommt von rechts, schnell lasst Zoom-Hilfe-Taktik machen. Komm. Ja, okay. Ja, also ich bin übrigens, äh, der Unholy Rush. Hab ich, ich hab dich schon vorgestellt, du bist jetzt halt die Fresse und lass mich los. Einige von euch kennen mich vielleicht. Jump! Aus Filmen wie... Aus Filmen wie Lutsch, mein Schwanz, du Spast. Dem, dem schlechtesten Porno, alter... Ich bin dein Sklave. Das passt sogar jetzt. Ich bin dein Sklave. Miau. Wenn ich dich fragen darf, wo bist du denn, hä? Hast du da da? Ja, die sind beide hinten. Wo bin ich denn an deinem Arsch? Clemens, oben, nimm paar Hits weg. Der andere kommt von unten, pass auf. Ich kann da grad nix machen. Lois, Volli ist da oben, der... Und jetzt geht... Lois, der Prämie ist weg. Clemens, Hälfte. Ich muss da runter, ich hab nix mehr. Nein! Lois! Lois von oben! Nein, der hat 1 AP. Ich hab, ich hab... Ich hab auf die Tastatur geklopft, ne? Ja, ist du da so, klopft, klopft, er ist da? Ja? Nein, ich hab auf die Tastatur geklopft, weil ich hatte keine Muni mehr in der Schweiz. Warte doch mal auf mich, sei kein Brave. Ich bin kein Brave, ich warte hier auf dich. Jetzt kannst du kommen. So, warte, lass dich das kurz erzählen. Ja, dann halt mit. Ja, ich lass dich ja erzählen, ich will zu. Dann hab ich auf 2 gedrückt, wegen... Clemens ist nix. Clemens ist gar nix, Clemens 1 AP. Der andere hat auch nix mehr. Weg ist er. Dann kill ihn doch mal früher, Alter. Ja, was soll... Also, das wollte ich die ganze Zeit erzählen, jetzt hat mal dein Maus. Okay. Ich hab 2 gedrückt und er hat einfach... Clemens Hälfte. Weil sonst hätte ich Swally viel früher getötet, als... Nein, jetzt kommen sie beide, oder? Clemens ist 7. Ja, das weiß ich. Nee, Clemens ist... Geh mal bitte vor mir weg, ey. Gerade hart am... Grafikab oder A-Bot zocken. Ich war grad instant weg. Ich hab nix mehr, pass auf. Kein Prämie mehr. Der hat kämpft... Nein, der hat endet mir! Hol den hier, hol den hier! Jetzt kommt Clemens! Was soll ich denn machen? Wir hätten doch lieber campen sollen. Ja. Also, hat Clemens noch Premium? Ja. Swally hat keins. Ohne Scheiß, da gab's einen Moment. Ich hatte... Warte mal, warte mal. Warte, 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 warte. Wir warten lieber mal ein bisschen. Da gab's einen Moment, wo ich noch fast voll hatte und auf einmal instant weg war. Geh doch mal weg da. Die kommt von oben. Ja. Warte mal, ich kümmere mich da drum. Grafikab. Spaß. Die ballern oben auf dich, ne? Die sind da... Die sind bereit für ihr Ziel. Ja. Ich halte auf den oben. Swally habe ich 24 Uhr gezogen. Hab dem noch einen Schuss gegeben. Nein. Jetzt hat er... Jetzt kommt wahrscheinlich der andere hier von oben. Nein, pass auf, ich pass auf, dass keiner von hinten kommt. Dann passt du hier auf. Ich hab noch 110 Rüstung. Ich setz immer... Warte, einer ist so... Leute, der hatte ja noch Premium, Alter. Da bist du so ein Lauch. Ja, was soll ich dir malen? Da gab's so einen krassen Moment, vor der mir alles gebangt hatte. Oh, ich hab schon wieder hart gefressen, Alter. Ohne Scheiße, an der Stelle ist Klemens so OP, ich krieg jedes Mal um Klemens Damage. Oh mein Gott. Oh nein, Klemens... Nein, ich lege. Scheiße. Klemens hat aber nix mehr, kein Prämie, 3 HP oder so. Dann warten wir lieber, bis dein Deck vorbei ist, oder? Ah, nee, vergiss es, ich hab... Jetzt geht's wieder. Doch nicht. Irgendwie ist grad, glaube ich, wieder ein anderes Mal. Es ist im Internet eins von beiden. Pass auf, oben. Ja, ich weiß schon, wer den hat... Der hat nix, das wie der Klemens, ey. Komm, mach was, der kommt von hinten. Weil mir kommen die Schüsse nur so päckchenweise an, so... Ja, du hast auch grad übelst den roten Pink grad im Moment gehabt. Gelb. Grün. Ey, jetzt hast du wieder... Johnny Kerl, bald bist du... Str... Str... General. Hast ein Str... Str... General. Alles was mit strangulieren zu tun? Aller, ich scheiße auf Entfernung, es gebe uns ja echt mal richtig heftig OP. Komm her, komm her, komm her. Ja, ich bin da. Da geht's. Der hat nix. Nein, die haben beide... Er hat... Er hat meine Pistel nicht geschossen. Ich hab auf Nahkampf gewechselt, wollte wieder auf Pistel wechseln, dann hat er nicht geschossen. Aber ich glaub, der hat nicht wirklich noch was bekommen. Das war ganz, ganz knapp. Ach komm, zwei Minuten, das schaffen wir noch. Wer wird's richtig, die Spieler machen, was auch. Das wollte ich ein Schuss mitgeben. Wollen wir wirklich von hier kommen, ich mein... Einfach nur noch durch, weil... Denn es heißt, wir hatten's... Jetzt... Jetzt geh mal nicht vor mich. Nee, nee. Boah. An der Stelle... An der Stelle ist es die einzige Stelle, wo es uns hat geben können. Das wollte er kein Premium. Ja. Aber da kommt gleich noch mal dran. Blutmax ist dem kleinen Weitschark beigetreten. Das wollte ich so knapp überleben. Ich stehe jetzt in der Grube. Nein. Clemens nix. Komm, Alter. Loil. Wie hart. Nein, jetzt hat's Wolli kein Premium, okay. Clemens ist kein Prämie. Ich hab drei ab hier und ab. Da hinweg gleich campen, okay. Das ist jetzt vielleicht scheiße gesagt, aber... Wieso ist Blutmax im Klang? Ah, der kommt von oben, der kommt von oben. Mein Prämie ist weg. Die Heftigkeit... ...Klangkampf eben zugelegt. Nein. Die sind hier beide. Der andere kommt hier von rechts. Nein, Wolli ist hier. Lasst uns zwei auf den gehen. Nein, komm, 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 komm. Um die Ecke. Schade. Ich komm' back, ich geh' back. Ja, geh' back. Aber eine Minute, äh, ein Kill ist noch und wir haben noch knapp zwei Minuten. Das schaffen wir. Zwei Minuten, zwei Minuten. Ja. Komm, die stehen da nicht, die stehen da nicht, die stehen da nicht. Doch, die stehen da beide. Die sind hier beide rechts auf dem... Ja, ich weiß, lass mal auf alles warten. Ich hab' ne Idee, Alter. Komm, schnell. Ich hab's wohl die Hälfte gezogen. Komm, ich lass dich aufs Dach, ja? Ich lenk' von unten ab, dann kommst du von oben. Ich hab' 100 Life, Junge. Dann geh' ich von... Dann bist du ja das Opfer, das von unten kommt, okay? Wobei, ne, geh' du nach oben, denn... Ich habe mehr. Nein, warte, 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 warte. Ich kann von unten ablehnen. Nein, das können wir so... Das können wir anders regeln, das können wir anders regeln. Ist einer auf dem Dach? Ja, einer ist auf dem Dach. Ja, der andere ist da hinten. Nein, Scheiße. Nee, der war halt auf dem Dach. Hast du weg? Nein, es laggt. Swally nix, kein Prämie, gar nix. Ja, warte, 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 kann ich mir grad noch holen gehen. Hast du dem Dich gefangen? Mann, jetzt sind's wieder... Swally hat gar nix mehr. Ich hab' bei Prämie aufgehört zu schießen aus Versehen. Weil ich dachte, der wäre down. Und wir dann auf Clemens gegangen. Komm her, komm her, komm mal schnell. Ich bin ja da. Nicht, wenn die beide kommen. Boah, Junge, wie Clemens ein Fernkampf er ihm zugelegt hat, das ist unglaublich. Nein. Clemens kommt wieder von oben, denke ich mal. Clemens knapp. Lein, Clemens gibt mich hier, obwohl ich in der Gru... Guck mal, er kann mich hier schon hinter, obwohl ich ihn noch nicht sehen kann. Wie geht das? Sicher, um die Ecke Prämie weg. Das ist Grafik. Nein. Du kannst sagen, was du willst. Clemens tut gerade mindestens Grafik-Bug. Der hat kein Premium mehr, der haben jetzt beide... Alter, an Howdy. Ich lass uns jetzt noch beide holen. Obwohl ich in der Grube saß, ja, hat er mich eher getroffen als ich ihn. Wie geht das? Warte mal. Das kann eigentlich gar nicht gehen. Clemens steht da, Clemens nix. Ich weiß, dass er nix hat. Das Howdy ist down. Clemens aus, so. Komm jetzt mal nach vorne, wir müssen hier nochmal beide holen. Schnell, komm. Die laufen jetzt eh nach A weg, oder ist das zu spät? Jetzt haben sie nicht mehr geschossen, schade. Na gut, Leute, zwei Punkte los, obwohl Clemens wahrscheinlich Grafik-Bug gezockt hat. Ich weiß dann. Der hat so krass auf Entfernung getroffen, das geht's nicht. Ja, und mit deinem Grafik-Bug, mein Lieber. Na gut, Spaß beiseite. Wir sehen uns dann am Ende wieder. Bis dahin. Haut rein. Wir machen so ein Video.